Hallo zusammen, ich bin mal wieder draußen unterwegs und zwar laufe ich heute wieder auf dem roten Wanderweg rund um Leipzig. Startpunkt war heute Knaut-Kleeberg und ich weiß noch nicht wie weit ich kommen werde. Vielleicht bis mal Kleeberg, vielleicht aber auch bis Lösnig. Das hängt alles vom Zustand meines Fußes ab, da lassen wir uns mal überraschen. Heute ist Freitag, der 12.08. Und das Wetter ist sehr schön, soll 29 Grad werden und es weht ein heftiger Wind, der aber eine schöne, angenehme Abkühlung bringt. Ja, hier geht es jetzt gerade ein Stückchen durch den Wald. Das ist schön schattig. Ja, ich hatte ja jetzt meinen Arzttermin und ja, wie erwartet habe ich Einlagen verschrieben bekommen und Physiotherapie. Ich mache auch fleißig meine Übungen weiter. Ja, der Zustand ist momentan noch, wie er vorher war, also noch keine bessere in Sicht. Allerdings kann ich mit den Einlagen ganz gut schmerzfrei gehen, zumindestens vier Kilometer. Das habe ich jetzt die ganze Woche lang gemacht. Ich bin sehr viel Fahrrad gefahren. Und heute will ich mal versuchen, über die vier Kilometer hinaus zu gehen. Mal sehen, ob mir das gelingt und wie weit ich komme. Da gibt es wieder eine schöne Tafel. Ja, was soll ich sagen, 1,4 Kilometer und die erste Bank. Und ich sage es euch, die muss ich einfach nehmen, weil die ist im Schatten. Und ich will ja heute keinen Stress machen, sondern wie immer gemütlich hier lang streifen. Und ich will ja heute keinen Stress machen, wie immer gemütlich hier ist. Ich bin jetzt hier in so einem richtig schönen Park mit alten Bäumen, kleinen Faden. Das ist richtig schön. Gleich geht es zum Schlossteich. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob das das Schloss ist? Keine Ahnung. Auf alle Fälle ist das hier der Schlossteich. Sehr schön. Hier unten fließt übrigens die weiße Elster lang. Die meandert hier so ein bisschen vor sich hin und ich verfolge sie hier auf dem Weg noch ein Stück lang, bis ich dann zum Nordufer des Kospudener Sees abbiege. Hier ist nochmal eine Stelle, wo man schön nah an die weiße Elster ran kann. Dann guckt man hier so ein... Sieht aus wie ein alter Brückenpfeiler. Interessant. Hier fließt sie weiter. Und hier fließt sie weiter. So knapp vier Kilometer sind gegangen. Ich verlasse jetzt das schattische Gebiet. Hier ist der Wegweiser, den hätte ich beinahe übersehen. Für mich geht es jetzt hier über die Wiese in der Sonne in Richtung Kosputner See. Ich bin jetzt am Kosputner See angekommen. Hier ist eine richtig kleine, schöne Badestelle. Ja, viel mehr werde ich euch vom See nicht zeigen, weil hier ist natürlich aufgrund des Wetters sehr viel los und da werde ich nicht so rumfilmen. Ich habe jetzt hier fernab von dem Trubel ein kleines, schattisches Plätzchen unterm Baum gefunden. Ich mache jetzt noch eine Pause. Ich melde mich mal wieder. Ich habe jetzt den Kosputner See verlassen und wandere jetzt Richtung Waldsee Lauer. Aber ja, ich habe jetzt knapp sechs Kilometer weg und ich habe mich dazu entschlossen, in Markleberg dann Schluss zu machen. Ich will doch den Fuß nicht so überlasten. Es ist zwar etwas besser beim Gehen als ohne den Einlagen, aber das muss ja nicht sein. Kilometer acht ist gleich erreicht. Ich bin jetzt hier auf so einem schönen, ruhigen Waldweg im Schatten. Sehr angenehm. Ja, ich laufe jetzt hier noch so einen kleinen Bogen um Markleberg herum sozusagen. Und wenn ich auf der anderen Seite bin, gehe ich dann zum Bahnhof und fahre mit der S-Bahn zurück. Ja, das war doch eine sehr schöne Runde, fand ich. Hat Spaß gemacht. Mal wieder draußen zu sein. Also ich muss das jetzt doch mal jede Woche machen und wenn es nur acht Kilometer sind, hilft ja nichts. Dann sage ich schon mal Tschüss für heute. Macht's gut. Geht raus. Habt Spaß. Musik